So ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. So ihr Lieben. So ihr Lieben. Schaut ihr Kinder. So süßen. So süßen. So ihr kleinen Tiger. Ich weiß nicht, ich kann machen was ich will, aber so nach Konzerten kann ich nie so richtig gut schlafen. Aber ich werde jetzt mich aufrafen, Frühsport machen und dann habe ich nämlich, weil ich heute nur eine halbe Stunde nach Göttingen weiterfahre, übelst viel Zeit in Hannover und habe mich mit einer Freundin verabredet zum Brunchen. Das kommt so gut wie nie vor, dass ich auf Tour Zeit habe, um sowas zu machen. Deswegen freue ich mich ganz besonders drauf. Und jetzt geht es mal los. So ihr Lieben. Ich bin eine halbe Stunde von Hannover nach Göttingen gedüst. Das war nicht sonderlich spannend. Ich hatte auch keinen Sitzplatz. Es war eigentlich relativ traurig. Zum Glück durfte ich jetzt aber schon ins Hotel in Göttingen. Normalerweise schlafe ich halt in solchen Hotels. Es sind immer ziemlich ähnlich ausgestattet. Es ist jetzt, glaube ich, um eins. Ich habe noch Zeit bis um 18 Uhr. Um 18 Uhr ist mein Soundcheck. Oft fahre ich direkt in die Location und mache direkt Soundcheck, weil sonst nicht genug Zeit ist. Und ich war noch nie, glaube ich, so früh in einem Hotel. Also ich habe ein bisschen noch was zu arbeiten am Computer. Ein paar E-Mails beantworten und so. Ich habe auch nicht so gut geschlafen. Ich glaube, ich lege mich nochmal hin. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Location. Ja, ich nehme euch mit. So, ohne Google Maps wäre ich mega aufgeschmissen. Ich bin oft schon, oft genug schon mit Google Maps aufgeschmissen. Ich habe einen Orientierungssinn wie eine Schildkröte. Obwohl, ich glaube, die sind sogar besser als ich in Orientieren. Das ist halt auch scheiße, wenn das Navi denkt, man läuft irgendwo in die Malerei, ne? Obwohl man einfach auf dem Weg läuft. Ja, wie ist jetzt der Ablauf? Ich werde da jetzt ankommen. Dann werde ich gleich den Plansteller kennenlernen. Der stellt mich dann beim Tontechniker ab. Und dann machen wir schön Soundcheck und Lichtcheck. Und dann geht es heute erst um 21 Uhr los. Was mega spät ist, weil ich dann mega spät im Bett bin. Und morgen muss ich mega früh aufstehen. Ich werde dann sehen, was für dicke Augenringe ich haben werde. Yeah. Hallo. Moin. So, ihr Lieben, das ist die Location. Das wird jetzt die Bühne noch für heute Abend sein. Die richte ich mir jetzt gleich ein. Es ist ziemlich kuschelig hier. Ich zeige euch das mal. Von dem Blick von der Bühne. Da mittendrin ein Balken. Ja. Und jetzt kriege ich erstmal einen Kaffee. Und kommen wir erstmal runter. Und dann stellen wir die Bühne ganz in Ruhe ein. Jetzt haut. Das ist super. Ich habe eine Setliste dabei, die würde ich dir geben. Da stehen alle Songs drauf und Hinweise für den Ton. Cool. Ja, ist gut. Also für mich ist der Sound auf der Bühne jetzt gut. Ich finde es vorne auch schön. Cool. Ja, fein. Dann lassen wir es so. Wir machen gerade Lichtcheck. Mein Gesicht ist wohl blau-pink. Aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Bühne ist jetzt eingerichtet. So, jetzt wird noch der Merchandise-Tisch eingerichtet. Merchandise-Tisch. Check. So, Lieben, ich war jetzt kurz bei Filini Itaida essen und jetzt geht die Show gleich los. Zehn Minuten. Ich glaub grad zum Club. Ich glaub, die Leute sind alle schon da. Mal sehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. So süß, und das ist mein Backstage heute. Nörgel Buf Deluxe Backstage. Musik Kannst du das bitte mitfilmen? Hast du schlagen gemacht? Ja. Okay. Ich sag dich da stehen und du warst von da schön, dass ein paar Runde drehen. Ich glaub sie nicht mehr geht, die wird deine Hand. Wir beide gegen den Rest und ich halte sie fest. Ich halte die Diodog bist. Und es es tut mir leid. Es ist jetzt halb eins. Ich bin jetzt gerade mit abbauen fertig. Es hat mega Spaß gemacht. Es waren halt super viele Menschen da. Ich weiß gar nicht wie viele, aber so 70, 80 Leute in so einem kleinen Club. War schon echt ziemlich voll gestoppt und die Stimmung war dementsprechend halt auch mega cool. Götting. Ich komm gerne wieder. Es hat Spaß gemacht. Mega. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Während alle anderen Feiern gehen, gehe ich jetzt ins Hotel. Und schlafe. Ein paar Stunden. Und dann morgen ganz früh wieder aufzustehen. Ich bin so mega brav. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht.